Lesen Sie mal einfach die Namen hier so in der Reihenfolge vor, mit einer kleinen Pause jeweils. Merten Lindorf, Piero Mendes. Und bei dieser Anwesenheitsüberprüfung ist es ja oft so, dass dann so ein paar Lümmel aus der Klasse Namen aufschreiben, die gar nicht in der Klasse sind. Und manchmal sind das auch Namen, die keine echten Namen sind. Das ist absoluter Pineda-Humor. Das ist nicht witzig. Das finde ich persönlich auch nicht witzig. Lutzmann Zwanz, Erik Zioni, Erhard Haramasch. Das ist einfach nur was, was in der Schule halt passieren kann, aber lustig ist das nicht. Zack, mein Kock und Lasse von den Bus.